Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Photoshop den weißen Hintergrund entfernen kannst. Und zwar fügst du sehr wahrscheinlich irgendein Bild hier ein und dann möchtest du diesen weißen Hintergrund weg haben. Wie das geht, zeige ich dir. Und zwar gucken wir hier unten rechts. Wir sehen hier ein Auge. Wenn wir da drauf drücken, sehen wir, dass es dann transparent wird. Und so hast du schon, wenn du dann das Bild exportierst, was ja so geht, Datei exportieren und dann exportieren als und so weiter, dann ist der Hintergrund weg. Ansonsten kannst du auch diesen Hintergrund auswählen und dann die Entferntaste drücken. Dann ist der Hintergrund komplett weg. Wenn ihr das Video geöffnet habt, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.